Und ich vertraue jetzt auf euch, meine Damen und Herren, auf der wohl gewaltigsten Tribüne dieser MotoGP-Wochenende ist hier, beim großen Preis von Österreich, willkommen an die Red Bull Tribüne! Hier ist sie! Das ist Feedback! Untertitelung im Auftrag des NDR Sie sehen so, once again. Bontoraro stickt in the head. It's very interesting. Was der Gegensatz, wie laut ist die Red Bull Tribüne? Eine Chance bekommt die Wiende, doch. Die Chance bekommt die Wiende, die Red Bull. Yes, yes, we go for it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auf der rechten Seite, in drei, zwei, eins, Karte, wow! Wow! Achtung, Steiermann-Könitz, in drei, zwei, auf! Ein, zwei, eins, auf! Auf! Und Maximal Lanz, auf! Speedbacks! Ihr seid großartig! Ich will noch einmal eine Fahne sehen! Mason John, my Sputus Spirals, in die Ecke! Wow! 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 Ein 260-Kilo-Bike hebst du das auf dem Schotter, auf dem Wies, ganz einfach, nicht auf. Da müsste Arnold Schwarzenegger antreten. Und auch habe ich mir nicht ganz sicher. Wenn das Bike immer liegt, in der Motor geht, dann ist in der Gelände, dann ist die Sache vorbei. Weil dieses Ding hat einfach kein Mensch. Das war unser Red Bull Rider aus Deutschland! Riesen-Indy-Can! Und der Bull war gleich hinterher. Nächster Indy-Seat-Grab. Natürlich haben wir alle Figuren hier. Hier den Namen. Jede Menge Fachjargon, mit dem ich hier um mich... ...Kanne, Dallaporta, Antonelli, Arbolino, Masi, Ramirez, Mastri, Ancola, Vietti, Ancola... ...Kanne, Dallaporta, Antonelli, Ancola, Vietti, Ancola, Vietti, Ancola, Vietti, Ancola, Vietti, Ancola, Vietti, Ancola, Vietti... ...Wiel或者 Sylvester, Ancola, Vietti, Ancola, Vietti, Ancola,ятно in Tito pondern, an City, Amina concentrate... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank.